Hallo liebe Freunde der Minigolf-Kugel, da sind wir wieder in Golfit und heute heißt es A Season Story. Das spielt man am besten zu viert, deshalb haben wir dabei Kollegin Manari. Hallo Kim. Hallo, ich wäre gern der Herbst. Achso, stimmt. Ist ja perfekt. Jeder sucht sich eine Jahreszeit aus. Ich sehe schon, der Winter bleibt für mich übrig. Die Jungs von AFK sind dabei. Hallo Daniel. Daniel. Dann nehme ich mal den Sommer, ja. Ja, den Sommer, okay. Ja, und Alex, lass mich mal raten. Ich nehme den Winter. Nee, wirklich? Doch, doch. Na dann bin ich wohl der Frühling. Hasch mich, ich bin der Frühling. So. Ich bin immer so langsam mit meiner Kugel, als ob ich festfrieren würde. Wollen wir direkt mal rein. Okay, ich starte. So. Boom. Wie man am Anfang immer so in der Luft hängt. Links rum oder rechts rum? Ja, geht beides. Das ist eine größere Joghurt-Kultur. Ach ja, da, okay. Oh, nein, ist kein Hole-in-One geworden. Aber war schon gut. Guck mal ein Regenbogen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe den auch irgendwo. Da wupsst sie mich noch an. Okay. Schöne Musik, ehrlich gesagt. Ich kann sowas genießen. Oh, jetzt kommt Gitarrenmusik. Nein, diese Kollision. Ja, du hast sie ja ganz ausgemacht, ne? Ich habe sie jetzt wieder angemacht. Flippe aus, ey. Ich hätte getroffen. Na? Manometer, ey. Das ist ja Dreckskollision, ey. Er hat sich das ausgedacht. Okay, ich hätte vielleicht auch nicht getroffen. Ich hätte nur diesen Pfeil hier treffen müssen. Okay, ich schieße daneben und treffe trotzdem. Das muss man mal einer nachmachen. Mir dauert es noch ein bisschen. Das ist wie bei dem G36. Oder auf dem Rummel. Oder auf dem Rummel, ja. Was ziemlich ähnlich ist, ja. Was ist denn ein G36? Oh. Ah ja, das war easy. Ist das ein Zufallsgenerator? Ja, scheinbar schon, oder? Fifty-fifty. Hä? Der G36 ist das bekannte Bundeswehrgewehr, was nie trifft bei warmen Wettern. Das Bundesgewehr. Hä, was ist denn da? Da ist ein Huckel. Vorsicht. So ein Elend, ey. Ich dachte, das wäre eine 0815, oder wie das heißt. Das war im Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Das war im Ersten Weltkrieg, oder? Nee, Zweiter Weltkrieg. Das waren die 0815-Gewehre. Die Maschinengewehre. Aha. Was? Ich dachte, der Klima wäre nur noch 15. Das war aber knapp. Nee, nee. Also wer hört denn jetzt die Musik von euch? Ich höre sie. Sie ist schön. Ach so, dann hast du sie dir wieder angemacht, Kim, oder? Ja. Ja, ist schön, ne? Oh. Ich hab das schon mal gesehen. Da kann man all seine Wut über die Kollision so ein bisschen vergessen. Ja. Ich fliege in die Unendlichkeit. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Und noch viel weiter. Ach, komm, ey. Darf ich hier liegen bleiben? Ja. Ja, warum nicht? Das ist schönes Gras. Ich dachte, da würde ich wieder runtergehen. Schau mal, da hinten ist ein Schiff. Schiff! Ob da auch Piraten drauf sind? Piraten! Ach, wieder so ein Ding. Die sind irgendwie neu. Kann das sein? Diese Rampen? Ja. Ach, nee. Ein, zwei Jahre gibt's die schon, denk ich. Ja? Das hat mir nie aufgefallen. Nein. Nee, ich seh die jetzt auch zum ersten Mal. Ach, nö. Ich geh im Suncast zu spielen. Shit. Also auf jeden Fall hab ich sie schon mal gesehen. Nein! Ach, das ist so schwer, da rüber zu kommen. So, ich fahr einfach so rüber. Wie du fährst so rüber. Er meint, ich benutze die Rampe, oder was? Mann, und dann kommt dieser scheiß Ball nicht zum Liegen. Ich find die schwer, die Rampe, muss ich echt sagen. Find ich auch. Da bist du ganz schnell, machst du zu doll. Und wenn du nicht doll genug machst, kommst du erst gar nicht rüber. Dabei sehen sie so schön aus. Das war so klar. Muss man jetzt auf das Schild oder auf die Kanone schießen? Ja, ist gleichbedeutend, sag ich mal. Ach so. Höhle in Öhne. Ja, das ist doch mal das Schiff. Ich lade bei Le Marblanc. Oh ja. Aha, was? Ohohoho. Das funktioniert nicht. Aber ich wollte es mal probieren. Wozu ist denn diese Rampe da? Ja, da ist ein geheimes Loch. Oder ist das geheime da oben? Ja, 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 das ist das Ziel. Aber da kommst du selbst mit der Rampe nicht hin. Hey, hey. Mann, wer hat mich denn da schon wieder abgeschossen? Ja, du hast mich abgeschossen. Schimpf du nicht immer. Du schießt mich permanent ab. Stimmt doch gar nicht. Ich bin ganz zart über die Rampe rüber und auf einmal bin ich geflogen wie nischt. Roll, roll, roll. Wenn es hier einen Ball gibt, der immer wie wild durch die Gegend fliegt, dann ist es deiner. Außer in Racemaps, da ist er langsam. Den musste ich jetzt noch setzen gerade. Hab ich gemerkt. Oh, ich glaube, das war's. Wow. Aha, okay. Ich fliege schon wieder in und dir in Endlichkeit. Ein Loch in eins. Es ist doch gut. Hey, Mann. Jetzt reicht es mir langsam hier. Jetzt stehe ich wieder oben. Warum denn? Ich war doch schon da unten. Ach, das ist ein Scheiß. Ist das... Wie ist hier gleich ein Great Skrits? Diese Kollision. Ah, schön. Aber, ihr müsst euch dazu mal vorstellen, dass ich niemals... Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo... Oh. Somewhere over the rainbow oder was ist das hier? Dass ich niemals technische Geräte kaputt mache. Also, so schlimm wie ich mich anhöre, aber ich hau nirgendwo drauf. Warte mal, Daniel, bleib mal stehen. Ne, ich bin wieder... Nein, das musst du mit einem helfen. Oh, scheiße. Hä? Okay, dann Els. Und da... Okay, Alex. Glückwunsch. Oh, weiter. Noch ein Stück. Das Häschen ist in den Bau gerollt. Ja. Hiermit genug Schwung geht es. Man, das wird der Ball da ewig so rumrollt. Komm, mach in die hier so. Oh, bitte. Hallo? Na, 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 na. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, nö. Ey, ich hab den so reingeballert. Wie doll soll ich den hier noch machen? Okay. So. Das hätte man einfach wissen müssen. Oh. Der Regenbogen. Ja. Ich wollte sagen, warum höre ich keine Klinge. Ist ja jetzt kaputt. Bisschen spät reagiert. Das kann ja nicht wahr sein. Alter, was war das denn jetzt? Oh, yeah. Ja, klar. Einer hat wieder Glück. Logisch. Das war mein zweiter Schlag. Bin am Anfang noch nicht mal durch den Looping durch. Oh, nö. Und da dreht er wieder ab. Ach, ist der Herbst schön. Hier regnet es überall. Ich fürchte, die Musik ist jetzt auch im Video gerade ganz schön laut. Erstaunlicherweise. War die ganze Zeit eigentlich noch normal. Oh. Oh. Wo wollen wir hin? Äh, Vollgas. Ah, ja. Weiß einer, wo das Ziel ist? Ja, Vollgas. Na, guck mal nach oben. Ach, da oben. Ah, ja. Das oben. Das, das oben, genau. Ui. Boah, ich muss das leiser machen. Gibt es hier auch, kann ich in Optionen rein? Ja, kannst du. Na, da kann man noch schmumeln. Oh. Wo kam der denn her? Ich wittere eine Möglichkeit. Alter, was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Also das nervt mich ein bisschen an, Golfit, dass die, äh, die Lautstärke von der Musik immer so inkonsistent ist. Ja, das sind die Custom Maps, je nachdem wie die es halt einstellen. Naja, aber was können die das denn auch einstellen? Dann sollen die nicht so viel einstellen. Die können die Lautstärke separat regeln. Ja, das. Wenn es manche ganz leise machen, manche immer auf Anschlag, dann hast du diese Unterschiede. Ja, aber die Möglichkeit darf man ihnen halt nicht geben. Jedenfalls nicht so extrem. So einfach ist das. Manche sollten auch die Möglichkeit nicht bekommen, überhaupt Maps zu machen. Ja. Ja. So, Winter. Wer war noch gleich der Winter? Alex war der Winter. So, jetzt war weiter in den Hallenburg. Ein Schweif ist vorbeigeflogen. Schön, ja super. Oh Mann, ey. Och, Kim. Warte, Kim, bleib stehen. Ah, ich hätte dich reingekriegt. Achso, jetzt, Entschuldige. Ach, verdammt. So nicht. Ich glaube, die Kim will das mal gucken, wie tief das Loch ist. Die ist erstmal davon ausgegangen, dass ich sie nicht reinkicke. Och, nö. Wo? Wo gehen wir denn da lang? Hoppala. Oh, scheiße. Ich bin ein Dichhörnchen, ich lebe in diesem Baum. Wir fahren alle Schlittschuhe hier. Ich hab den Teleporter verpasst. Schade. Ach man, ich sehe hier wieder nicht meine Zielvorrichtung. Achso. Oh. Da sind wir ja schon. Okay. Was macht der Teleporter? Das ist eine Abkürzung wahrscheinlich, oder? Ja, ist es. Der ist über der Fahne. Naja, gut. Das war ein Millimeterchen. Bleibt der hier auch mal liegen? Sowas nervt, ne? Aber das Loch kann man, glaube ich, gar nicht verfehlen. Ja. Großzügig groß. Schön. Ich muss erst mal gucken, wo ihr lang geht. Sonst ist mir das wieder zu viel geknüppelt hier. Na gut. Oh. Oh. Freut mal. Das ist nicht schlecht. Aber das Feuer habe ich echt nicht verstanden. Ich lag schon an einer bestimmten Stelle. Dann wurde ich rausgehauen. Und dann wurde ich an den Start zurückgesetzt. Also, das finde ich ja nur echt mal. Muss nicht sein, sowas. Nö. Unverschuldet in Not geraten, der Herr Fail. Sage ich nur. Oh. Bisschen doll gemacht. Eieiei. Aber. Das klingt jetzt wie im Spielzeugladen, die Musik. Oh. Oh. Nein. Da war ich immer gerne. Nö. Da steht er mit dem Weg rum hier. Warum ist denn da jetzt so ein Netz im Ziel? Das ist doch unnötig. Oh. Racing. Nee. Schon fertig? Kein Racing, oder? Nee. Kein Racing. Das ist Autopilot. Ja. Warum ist mein Hase so weit vorne? Hör auf. Oh. In meiner Ansicht bin ich vorne. Ich bin bei mir auch vorne. Ach ja, stimmt. Jetzt bist du vorne. Hä? Jetzt müssen wir noch einmal schlagen. Oder was? Ja, tatsächlich. One in one. One in one. Juhu. Ja. Also, wer den nicht trifft, der soll dann aufhören. Hör aufhören. Oh. Aber dicht beieinander. Ja. Naja. Nicht schlecht. Ach so, das wäre ja ich jetzt. Heute haben wir nass gemacht hier, ne? Ja, das ist doch irgendwie dein einziges Ziel hier. Dein einziges Thema. Wenn du dich mal davon freimachen würdest, vielleicht. Nein. Niemals. Niemals. Ja, ich weiß auch nicht, was ich in den Leuten auslöse. Ich spiele doch nur. Ja. Naja. Liebe Leute, wenn ihr mal ein bisschen anderes Gameplay sehen wollt, dann geht ihr auf den jeweils anderen Kanal. Alles mögliche haben wir in unseren Videobeschreibungen verlinkt. Die jeweils anderen Kanäle nämlich. Da guckt ihr mal schön vorbei. Bei AFK, bei Manari, vielleicht auch mal bei Spielsatzfail. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Golfit. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Miau.